Das alte Spiel mit den zwei Händen, die man zueinander führt, dann kommt ein Ton raus. Genau, es hört sich schon gar nicht schlecht an. Ich geb euch mal einen Rhythmus vor und dann dürft ihr halt klatschen. Ich geb euch mal einen Rhythmus vor. 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 Ich geb euch mal einen Rhythmus vor.